Nymeria war die Prinzessin der Rhäuner-Stadt Nussar. Sie lebte zur Zeit des Zweiten Geburtskrieges zwischen der Valyrischen Kolonie Volantis und den Rhäuner-Stadtstaaten. Der Krieg begann, als die Volantena mithilfe von drei Valyrischen Drachenreitern die rhäunische Stadt Sarhoi niederbrannten und ihre Einwohner versklavten. Als Antwort darauf schlossen sich die anderen Städte unter Garin dem Großen, Prinz von Kroyen, in einem Bündnis zusammen, um gegen die Valyre zu kämpfen. Lediglich Prinzessin Nymeria sah, dass sie diesen Krieg unausweichlich verlieren würden, doch die anderen Prinzen ignorierten sie und selbst ihr eigenes Volk war begeistert, also schloss auch sie sich wieder willig dem Bündnis an. Die so zusammengestellte Armee war mit 250.000 Mann mit Abstand die größte Armee, die zu dieser Zeit existierte. Unter Prinz Garins Befehl besiegte sie die Volantische Armee, eroberte mehrere Volantische Städte und rückte immer weiter auf Volantis selbst vor. Bei Volontäres stand sie einer Valyrischen Armee von 100.000 Mann und drei Drachen gegenüber. Dank ihrer überlegenen Anzahl gelang es ihnen, die Armee zu besiegen und mithilfe ihrer Wassermagier und Bogenschützen zwei der drei Drachen zu töten. Alarmiert von ihrem Erfolg schickten die Volantäne ein Hilfegesuch nach Valyria selbst, das mit einer Armee von 300 Drachen beantwortet wurde. Schnell schlugen sie Garins Armee vernichtend und nahmen den Prinzen gefangen. Daraufhin machten sie sich daran, die rhaunischen Städte systematisch zu vernichten. Als Prinz Garin die Zerstörung seiner eigenen Stadt, Crayain, mit ansehen musste, verfluchte er Legenden zufolge die Valyria, woraufhin die Rhaune nachts über ihre Ufer trat und viele der valyrischen Invasoren ertränkte und die Überlebenden mit Grauschuppen ansteckte. Bis zum heutigen Tage erscheint die Region um Crayain herum verflucht und viele Steinmenschen, Menschen im Endstadium von Grauschuppen, leben dort. Seither wird das Gebiet die Graben genannt. Nichtsdestotrotz führten die Valyra ihre Vernichtungskampagne fort und zerstörten sämtliche rhaunische Stadtstaaten. Prinzessin Nymeria hatte derweil, sobald sie von Garins Niederlage erfuhr, begonnen, die Flucht der Rhauner fortzubereiten. Sie sammelte alle verbleibenden Schiffe zusammen und belut sie mit so vielen der Überlebenden wie möglich. Die meisten von ihnen waren Frauen und Kinder, da ein Großteil der Männer in Garins Armee gestorben war. Sobald die Boote voll waren, legten sie ab. Nymeria führte sie die Rhaune hinab und durch einen alten Kanal, um Volantis zu umgehen. Auf dem Weg sahen sie viele ihrer niedergebrannten Städte. Als sie schließlich das Meer erreichten, zogen sie zuerst nach Süden, um auf den Baselisken Inseln Rast zu machen. Auf dem Weg verloren sie viele Boote, da ein Großteil von ihnen für das Schwimmen in einem ruhigen Fluss nicht aber im stürmischen Meer gemacht war. Trotzdem erreichte der Rest der Rhauner die Inseln, dort wurden sie allerdings bald von Piraten angegriffen. Daraufhin führte Nymeria ihr Volk weiter nach Süden, auf den Kontinent Sothorios. Sie siedelte den Großteil der Rhauner in der verlassenen Stadt Sametan an, während andere weiter Inland die Stadt Jen gründeten. Während ihrer Zeit dort hatten sie mit Krankheiten, Raubtieren, Sklavern und Einheimischen zu kämpfen. Ausschlaggebend für ihr Weiterziehen war aber schließlich die Feststellung, dass jegliche Einwohner Jenens eines Tages spurlos verschwunden waren. Bald rief Nymeria die Rhauner zusammen und sie setzten erneut die Säge. Sie segelten zuerst nach Nath, doch auch dort hatten sie schwer mit Krankheiten zu kämpfen. Später siedelten sie für zwei Jahre auf einer der Sommerinseln, hungerten aber bald, da es dort zu wenig Nahrung gab. Zu dieser Zeit folgten sogar einige Rhauner einer Priesterin zurück in ihre Heimat, wo sie prompt versklavt wurden. Schließlich segelten die Verbliebenen nach Nordwesten, wo Nymeria in Dorne, dem südlichsten der sieben Königreiche von Westeros, landete, während viele andere Rhauner, die Trittsteine, eine Inselgruppe zwischen Westeros und Essos besiedelten. Dorne war zu dieser Zeit in viele kleine Königreiche und Lordschaften geteilt, die untereinander Krieg führten. Nymerias Gefolge war nahe der Burg Sandschiff, dem Sitz des Hauses Martell, gelandet. Der Kopf des Hauses, Lord Mors Martell, sah an den neuen Einwanderern eine Gelegenheit, seine Macht auszuweiten. Zudem verliebte er sich Legenden zufolge in Nymeria. Also heirateten die beiden und viele von Lord Martells Rittern und Vasallen taten es ihm gleich und nahmen rhaunische Frauen. Um das Ende ihrer Reise zu symbolisieren, verbrannte Nymeria daraufhin ihre Flotte. Zudem ernannte Nymeria ihren Ehemann zum Prinzen von ganz Dorne. Lord Mors kontrollierte nur einen kleinen Landstrich im Osten des Königreiches, doch durch die Rhäuner war die Zahl seiner Truppen enorm vergrößert worden. Zudem hatten sie viel Gold mit sich gebracht und ihre Handwerkskunst und Waffen waren denen in Westeros weit überlegen. Also begannen Mors und Nymeria mit der Eroberung von Dorne. Gemeinsam führten sie ihre Kampagne gegen den Rest von Dorne und unterwarfen nacheinander jeden der damals herrschenden Könige, namentlich Vorian Dane, Garrison Vogler, Lucifer Trockenland, Benedikt Schwarzberg und Albin Mannkraft. Am längsten kämpften sie gegen König Jorik Isenwald, den mächtigsten der Könige in Dorne, und ihm gelang es sogar, Lord Mors Martell in der Schlacht zu erschlagen. Nach dem Tod ihres Mannes übernahm Nymeria das alleinige Kommando und ihr gelang es schließlich, auch die Unterwerfung der Isenwalds zu erzwingen. Jeden der besiegten Könige hatte sie in goldenen Ketten an die Mauer geschickt, so geschah es nun also auch mit Jorik. Nach diesen Vereinigungskriegen hatte Nymeria noch eine lange, wenn auch nicht friedliche Herrschaft. Zweimal versuchte der Sturmkönig, Duran III Durandon, in Dorne einzufallen, und auch Gaedon Gärtner, König der Weite, versuchte eine Invasion, doch Nymeria gelang es, sie aus Dorne zu vertreiben. Nach dem Tod ihres ersten Mannes, Mors Martell, heiratete sie zwei weitere Male, zuerst einen unbenannten Lord Ulla von Hylhain, dann Ser Davos Dane. Ihre Nachfolgerin auf dem Thron von Dorne war ihre Tochter mit Lord Mors im Gegensatz zum Rest von Westeros, wo ihr Sohn mit Ser Davos ihr Erbe gewesen wäre. Doch Nymeria hatte viele ihrer Rhäuner-Traditionen in das Gesetz von Dorne übernommen, wie etwa eine Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Zudem war der Titel des Herrschers von Dorne von nun an nicht König, sondern das Rhäunische Prinz. Unter ihrer Herrschaft vermischten sich die Dornischen und die Rhäuner vor allem im Osten des Landes, sodass eine Hybridkultur entstand. Zudem ließ sie ihren Sitz weiter ausbauen und die heutige Stadt und Burg von Sonspe erbauen, was von da an als Hauptstadt von Dorne diente. Ihren Erben gelang es, Dorne für viele weitere Jahrhunderte unabhängig zu halten, bis sie sich schließlich nach einem Jahrhundert von Kriegen den Targaryens anschlossen und seither den Siebenkönigslanden angehören. Doch noch immer fließt Nymerias Blut in den Prinzen von Dorne und die Traditionen der Rhäuner werden vor allem im Osten Dornes aufrechterhalten. Ich hoffe, ihr habt in diesem Video etwas gelernt oder es hat euch zumindest gefallen und ich würde mich sehr freuen, euch erneut auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen. Falls ihr weitere Themenvorschläge habt, hinterlasst diese gerne in den Kommentaren. Das Robert Problem verbar Das hat sich verursacht und ich habe ein bisschen Gefangnet Ich habe die athletic Ich habe etwas Ich habe ein bisschen